Seid herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe, Knelingen. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist in diesen Tagen nicht wirklich leicht zuversichtlich zu sein und vielleicht geht es euch wie mir. Du hast das Gefühl, da liegt diese ganze Situation mit dem Krieg und den Flüchtlingen und dem ganzen Leid wie so ein Schatten auf der Seele. Versteht ihr, was ich meine? Du lebst, du arbeitest, du funktionierst. Aber es ist eben alles überschattet von diesen schrecklichen Bildern, von den Schicksalen der Flüchtenden. Von dem Gedanken, kann ich nicht vielleicht doch noch mehr tun? Und ich merke, wie schwer es mir fällt, diese Balance zu halten zwischen einerseits mitfühlen und sich andererseits eben doch nicht gefangen nehmen zu lassen von all dem Schrecklichen, das sich nicht wirklich ändern kann. Diese Balance zwischen einerseits nicht zynisch werden und es alles wegzudrängen und andererseits nicht zu versinken in diesem Leid, in der Wut, in der Angst. In den letzten Tagen ist allerdings bei mir was dazugekommen, das ich euch heute gerne weitergeben will. Ich habe eine ganz tiefe Dankbarkeit erlebt. Ich bin dankbar geworden dafür, dass ich einen Halt habe in meinem himmlischen Vater, dass ich beten kann in der Gewissheit, dass er mich hört, dass ich ihm alles sagen und hinlegen kann, ja, dass ich es dann auch loslassen kann, dass ich mich fallen lassen kann in seine Hand. Das ist so gut. So habe ich gemerkt, wie in mein Herz immer wieder dieser Friede Gottes hineinkommt. Und wie ich daraus die Kraft kriege, dann eben das auch zu tun, was Gott mir vor die Füße legt. Dass ich in allem, was ich tue und sage und lebe, eben Gutes hineintragen kann in diese Welt, zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich muss gestehen, ich hatte in den letzten Tagen immer wieder Angst, diesen Frieden wirklich zu genießen. Wie kannst du nur Frieden genießen, wenn andere so leiden, habe ich mich selber angeschnauzt. Aber gerade in der Gegenwart Gottes ist mir klar geworden, dass es doch überhaupt nichts bringt, wenn ich mich selber so quäle und fertig mache. Das hilft den Menschen in Not kein bisschen, im Gegenteil. Und ich habe entdeckt, Gottes Weg ist ein anderer. Dieser Weg geht erst mal hin zu ihm, dem himmlischen Vater. Bei ihm lade ich meine Sorgen und Fragen ab. Ich vertraue darauf, dass er sich kümmert. Das bringt diesen Frieden Gottes. Und so entlastet bin ich dann wirklich frei für Gottes Weg. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder Psalm 86 gebetet. Gebet in Bedrängnis ist er überschrieben. Und er macht genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Der Psalmbeter David kommt mit seiner ganzen Not, dem ganzen Elend zu seinem Gott. Hilf du, mein Gott! So ruft er in ganz unterschiedlichen Worten und Formulierungen immer und immer wieder. Im Vertrauen darauf, dass Gott da ist und dass er sich kümmert. Herr, es ist dir keiner gleich. Niemand tut, was du tust. Und aus diesem Vertrauen heraus erlebt er eben auch den Frieden, der dann beten kann, Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wenn ich so bete, dann kann ich gewiss sein. Gott wird mir seinen Weg zeigen. Er wird mir zeigen, was ich tun kann und soll. Er wird mir zeigen, wo ich gebraucht werde. Da kann ich ganz entspannt sein und muss nicht in irgendeinen Aktionismus verfallen. Klar, wenn ich so bete, dann ist das auch gefährlich. Denn es kann ja durchaus sein, dass Gottes Weg doch deutlich anders ist, als ich mir meinen Weg vorgestellt habe. Vielleicht raus aus der Komfortzone. Aber mindestens mir geht es so. In dem Moment, wo ich in der Gewissheit lebe, dass es Gottes Weg ist, da will ich diesen Weg auch gern gehen. Weil es der Weg ist, wo ich nah bei ihm bin und wo er mir Erfüllung schenkt. Bei David kommt übrigens genau an dieser Stelle auch die Dankbarkeit. Die schlimme Situation ist längst nicht vorbei. Es ist die Dankbarkeit, dass er zu Gott gehören darf, dass er in seiner Hand ist, dass er von ihm geleitet ist. Deshalb will er nur eins. Erhalte mein Herz bei dem Einen, dass ich deinen Namen fürchte. Was für ein Glück ist es, zu diesem Gott zu gehören und wirklich geborgen zu sein in ihm. Ja, das vertreibt immer wieder die Schatten auf der Seele. Und so will ich auch beten, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem Einen, dass ich deinen Namen fürchte. Übrigens, das ist der Hochzeitspruch meiner Eltern, die in ein paar Wochen ihr 60-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern werden. Ich finde es ein wunderbares Gebet. Für mich ist es wie so ein Kompass, der gut leitet, gerade in schwierigen Zeiten. Der mir hilft, dass ich aus Gottes Frieden heraus den Blick frei habe für das, was Gott will. Und dass ich auf seinem Weg Erfüllung finde. Das wünsche ich euch auch. Bleibt gesund und behütet und eben in diesem Frieden Gottes. Bis zur neuen Zuversichtgedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber Das wünsche ich euch auch.